So, haben wir verkarrt aufgedeckt, haben nur noch dieses Ressourcenfeld. So, hier hast du nichts mehr zu tun. Ah, vielleicht brauche ich die noch. Vielleicht brauche ich die ja noch, da unten, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist jetzt hier zu ruhig hier oben. Die Kamerwuchs ist so unter Kontrolle. Ach, zieh mir ne Weile hin, diese Mission hier. Ein bisschen länger zu Ende des Spiels, merkt man ja. So. So. Wenn wir mal abspeichern an ihrer Stelle. Und dann mal runter gehen. Hopps, da los geht's. So. Mal schauen, wo wir landen. Ja, ist ganz schön getümmelt da, weil alle nicht so durchkommen, aber klappt schon. Irgendwann, irgendwie, kriegen wir schon durch, so. Na also. Hopp, jetzt sind wir unten angekommen. So gehen wir mal nach unten. So. So. Haben wir hier. Ressourcenfeld, guck mal an. Nur zwei? Was zur Hölle ist das denn? Doppeltes Ressourcenfeld? Okay. Okay. Oh man. Sante Neuigkeit. Kann ich gerade eh nicht gebrauchen, aber gut zu wissen, was da ist. Mal gucken, wo wir hier landen. So. Ja, wir sind komplett mal hier runter laufen. Und mal schauen, wir haben hier diverse Sachen dabei. Ja. Lumpa. Feuerregen. Ja, eigentlich wollte ich ja die Hexe oben lassen, aber naja, habe ich jetzt halt nicht gemacht. So, wir haben ganz schön verzeigt hier, hä? So. So. Okay. Eigentlich sollten wir eigentlich ja durchkommen, aber ich verlinke immer so viele Einheiten auf einmal. So. Eine große Höhle von uns. Aber hier ist nichts. Ressourcenfeld vielleicht. Jupp, noch eins. Also, alle Ressourcen sollten nicht scheitern. Wie ich gerade mal überlegen, ob man den alle opfern sollte und hier unten eine Basis errichten sollte, um da ein paar Dinge zu kriegen. Um halt ein paar, äh, ja, Lufteinheiten hier unten zu kriegen, weil hier unten Gebäude baut. Müsse ja auch funktionieren. Kommen zwar nicht mehr hoch, aber man hat da noch irgendwelche. Da sind ganz viele Tümmel da, ey. Alles zu eng hier. Ja. Ach du Scheiße. Ja, hab ich. Ja. Oh. Ja. Äh. Wär vielleicht auch ne gute Idee. ja vielleicht noch eine gute idee sich mal komplett und zugegeben haben wir alle einheit verloren das ist ja super gelaufen tot gratulation dazu werde ich jetzt mal unten entsprechend ein paar von und die dinger die bauen die wir hier oben schon haben ja muss ich jetzt machen und eine base richten was soll ich tun ja mache ich kann die einfach hier in die mitte packen was soll das denn so ja super alle einheit verloren aber jetzt werden wir unten halt lufteinheiten bauen was soll's ja super wenn man die irgendwie opfern könnte ja wie man Buren opfern könnte das wäre cool wenn die alle einfach opfern und unten wieder zusammen bauen ja kannst ja schon mal hier noch weiteren bauen da unten sind es einfach viel zu viele deswegen muss ich da zwei haben überlebt nicht gerade die Welt naja aber immerher haben sie überlebt wir müssen uns hier unten jetzt entsprechend mit ein paar Einheiten eindecken so Scherge ist bereit dann bauen wir unten was am besten noch ein ja wenn ein paar Gebäude Was benötigt ihr damit sich das lohnt so wieder Belebungsaltar Ja er macht gleich drei Stück Ach kann ich mein Munde so sagen ja dass er hingehen soll es geht ja viel besser Ach ja Ja So dann bauen wir das mal So wir werden jetzt da entsprechend ein paar Einheiten basteln Das Gebäude ist fertig Meister Weil offenbar kommen wir sonst anders nicht durch deswegen müssen wir da uns jetzt denselben Weg erkämpfen wie wir es vorher gemacht haben ja auch nicht viel übrig geblieben von unserer Supergruppe Ey ich versier das nicht ey plötzlich waren alle tot Weil ich glaube ihr hattet zu viele Soldaten aber keine gegen Luftabwehr Warum auch ja und in der Höhle wer denkt denn daran dass es da so an Massen an Lufteinheiten gibt Ich will es nicht Das Gebäude ist fertig Meister Ja Ja Äh Burg der Echsenwesen ja Ne Ach nicht Burg Festzung der Echsenwesen brauch ich genau Was benötigt ihr So Das mach ich jetzt hier unten nämlich so um dem Schnelldurchgang so sinngemäß Äh, für den Echsenwesen, so. Okay, äh. So. Eine wieder beliebte Einheit. Auch du für 5. Kann man gar nicht löst aktuell, okay, beziehungsweise ist voll. So. Machen wir halt dasselbe Theater wie oben. Was soll's. Müssen wir halt die Zeit mal investieren, dass wir hier ein bisschen brauchen, um die alle unten zu bringen. Was haben wir jetzt? Und dann machen wir tödlichen Angriff, tödliche Überraschung für die. Ja. Von wegen, oh gar hier, die Trolle reichen und dann die dazu. Dann wird das nun funktionieren. Irgendwie. Ja, ein bisschen weiterer Weg, ich weiß, aber... Nicht so schlimm. Das Gebäude ist freitig, Meister. Dann machen wir das. Das Gebäude ist freitig, Meister. So. Was benötigt dir? Äh. Bestiarium. Auch noch welche? Was soll ich tun? Das Gebäude ist fertig, Meister. Was benötigt dir? Ja, ich mach jetzt hier wirklich auf ganz extremer Art und Weise. Pump, ich pump mir nur Einheiten. Zwei reichen aber eigentlich. Ja, Meister. Da. Muss sich wieder richtig lohnen hier, ey. Das ist kein Theater. Ich habe ja schon die ganze Gruppe voll, also... So siehst du mal. Oh. Dann haben wir da. Warte mal. Aber da haben wir ja sechs. Brauchen wir hier gar nicht. Oh, naja egal. Falls wir da verlieren sollten. Aber gut, die werden ja eh wieder aufgeweckt. Na ja. Dann müssen wir das halt auf diese Art und Weise machen. Wir sind natürlich ein bisschen blöd gelaufen jetzt. Wenn wir hinterher auch ein paar davon nehmen können. Heilshop oder so wäre vielleicht eine Idee gewesen. Aber ich habe nicht dran gedacht. Ich weiß es nicht. Weil ich so doof bin wahrscheinlich manchmal. So, es reicht, das reicht, das reicht. Ich denke mal, die werden uns auch nicht angreifen. Die sind eigentlich damit beschäftigt, oben zu sein. Ach, alle tot, ja. Herzlichen Glückwunsch für nix sei dazu nur, ehrlich. So. Aber wir haben ja so viele gestorben, die ein höheres Level haben. Dass wir, ja, ohne weiteres, seine Armee runterbringen können. Ja, die wir gestorben sind. Unsere Untergrundarmee. Jawoll. Kommen noch drei, das heißt. Mal einen mehr. So, mach das noch. Bitte, dass es lohnt. Dann haben wir wieder zwei Gruppen voll. Und dann können wir mal da loslegen, denke ich. Da mal die Basis mal platt machen und den. So viel sollten wir ja nie mehr haben. So. Joa. Das sieht doch richtig gut aus eigentlich. So. Können wir mal da hinfliegen? Da gehen wir schon mal voll. Ach ja. Das wollte nicht so ganz funktionieren. Schade eigentlich. Ich dachte, das würde funktionieren. Leider hat es das nicht getan. So. 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 Hier ist der letzte. So. Die sind auch dabei. Das heißt, da haben wir noch fünf. Einer fehlt da noch. Dann haben wir hier alles fertig. Haben sie noch mehr als vorher. Weil vorher hatten wir oben noch welche. Nur eine Hexe. Haben wir nur eine Hexe hier rumstehen, die auch nichts zu tun weiß. Die kann ich nicht mitnehmen, leider. Dann müssen sie dann mit Hitler kommen. So. Bildung ist. So. Warte mal, warte mal. Ist der fertig hier? Ja. Jetzt ist er fertig. Na gut, reicht nicht ganz. Da ist noch einer zu wenig. Aber... Es ist halt so. Kein Problem. Wir werden uns trotzdem keine Probleme bereiten. Ich denke wir werden jetzt ohne Probleme durch kommen. und einfach alles wegräumen, was da feindlich aussieht. Und mal endlich... Ja, einen Vortritt zu vermelden, ey. So. So, gut, dann seht ihr... Da. Übergruppe 1 und 2, los geht's. So, jetzt werden wir über die Überraschung erleben. Jetzt komm ich auch mit Lufteinheiten an. Ja, ich hab keine groß gebaut, keine Anti-Luft-Farm-Einheiten, weil ich dachte... Ja, was soll da schon kommen, ne? Ja, hat's nicht was mit von wegen, da ist nichts an Lufteinheit. Jede Menge haben die... Das vorher gewusst, hätte ich natürlich anders gemacht, hätte natürlich laden können, aber... Ich hab bisher immer so gut hingekriegt, dass ich dann die... Mission trotzdem noch drehen konnte. Weil es zum Glück nur gegen KI ist. Nicht gegen Menschen, aber... Multiplayer natürlich keine Chance mit meinen Taktiken, wenn ich ehrlich bin. Das funktioniert natürlich nicht. Mal nicht drüber reden. Aber, naja, müssen wir ja auch nicht, ne? Müssen wir ja nicht drüber reden. Jetzt reizt's doch. Hä? Wieso ist der nicht mit dabei gewesen? Keine Ahnung. Na ja. Günther. Mach halt nur das, was noch übrig ist. So, komm her. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Da ist eigentlich mehr was als eigentlich war. Alle mal draufwerfen, viel Spaß. Ach du meine Güte, die große Basis hier unten. Die haben die ja richtig gut eingenistet. Ohja, hab trotzdem keine Chance. Die haben auch euer Mist. Und auch sehr guten Fuster, dass er das Hosenfeld hier. So, komm ja, die noch. So, die Basis ist auch weg. Das ging doch ganz gut, was hatten wir eigentlich für Probleme? Aber wie gesagt, da fast meine ganze Lufteinheiten weg sind. Natürlich hat er das Problem. Aber trotzdem mehr ist genug. Aber 2 wieder beliebbar, ja. So. Okay, da kommen ja 9 wieder. Na ja, nicht grazil. Eigentlich nicht viel übrig geblieben, wenn man ehrlich ist. Aber na ja. Wollen wir mal hier rum gucken. Ach Gott, warte, warte, warte. Ist das eine Geschichte hier, ey? So, wo geht das jetzt hin? Ah, das geht jetzt zurück. So, hier ist das, ach, nix, okay. So, können wir ja mal hier hin, da haben die nix eine Verteidigung, die nicht angegriffen wird. Ah ja. Könnt ihr ja mal jetzt euch mal hier sammeln, so. Na ja, hat's ja trotzdem gelohnt. Ach, wenn auch noch 2. Großart kommt wieder, aber nicht alle. So, eigentlich was ich immer bräuchte. Ah, die Hexe. Wo rennen Sie denn eigentlich jetzt lang? Da will ich immer wissen, wo du mal langläufst, um da hinzukommen. So, ich drehe mich jetzt einfach mal. Oh, geht doch gar ratzfatz, weil die Verbindung nicht so weit ist. Oh, gucken, ob wir da angegriffen werden oder so. Bin gespannt. Irgendwann geht es auch hier und da lang. So. So. Weil ich werde ehrennen, ob ich meine Gruppe wieder zusammenstellen, so. So. So, mach das mal so. So. Das ist wirklich gar nichts. Oh Gott, da ist gar nichts. Wie so sieht es. Aber nur ein langer Weg hin zu nirgendwo. So, sind wir. Ist ja gut, irgendwo führt er ja hin. Aber wo ist das nirgendwo? Weil da ist kein Gegner, nichts dergleichen. So, sieht keiner geheilt. Das ist immer ganz gut, gar nicht so schlecht. So, da fehlen uns jetzt noch... ...zwei. Zwei sind weg. Haben wir nur zwei Armonen und haben wir nur zwei Armonen verloren. Bei dem ganzen Theater auch. Da ist nichts weiter. Nichts auf dem Weg. Also alles halb so schlimm. Wow. Kann ja hier noch geheilt werden. Machen wir das schon. So, das macht nichts Spaß. Ja, ist doch nett, wenn man hier gleich eine Hallstation hat. Ja, wegen sind sie natürlich ziemlich weit, aber... Ressourcen geht es eh nicht mehr. Nur eine zweite Basis, die da unten ist wahrscheinlich. Muss ja noch eine sein, weil sonst ist sie nicht vorbei. Weil wir haben nichts weiter zu tun, ne? Wir haben... Dimensionstore, ja. Haben wir auch schon erlebt eins, aber nicht alle. Eins muss hier nur sein. Kann ich wohl auch nach oben. Ja, hab ich schon gemacht. Hab ich schon gemacht, dann ist halt so schlimm. So. Okay, dann können wir ja weitermachen. Und damit gehen wir diese Mission endlich mal beenden. Im Idealfall. Ach, hier geht es gar nicht. Oder unten? Da geht es nur? Eine Richtung? Ich werde trotzdem mal die Lage mal checken. Ne, hier geht es auch weiter. Guck mal hier lang. Guck mal hier landen. Ach, da ist er schon. Noch wieder so viel Luft anhalten. Guck mal hier. Ich bin nicht eingefroren, aber... So. Und viel Spaß dabei! Und viel Spaß dabei! Und viel Spaß dabei! Ja, ey. Koch, kein Problem! Und was hat denn hier gebaut, hä? Eine kleine Kolonie an Indikatoren, äh ne, Kanalisierung Formen, genau. Ja, viel Spaß! Ja, das ist wohl jetzt wohl doch gelaufen. Na, unser totalverlust wissensheitlich war noch einer, guck mal an. Wann das? Oko los, also... Noch so eine Kolonie von... Wann du denn her? Wann du denn herkommst, du bist tot? Oh! Das war's! Jawoll, alle wischt! Ja! Ja! Oh ja, lange Missionen und Hardware auch, aber wir haben es geschafft. Traga, ich habe dich gefunden. Meister Seed, was bringt euch her? Seit ihr ginget, gab es viele Probleme. Tyron ist wahnsinnig. Er sieht überall Geister und Komplotte. In jedem Schatten lauert der Verrat. Dann ist mein Vater wirklich verloren. Er hat den Schwur mit meinem Volk gebrochen und viele in seiner Raserei getötet. Er betritt unseren heiligen Boden und will unsere verbotene Kammer öffnen. Er hat den Verstand verloren und will unser Land nicht länger zurück verlangen, sondern nur noch zerstören. Unsere Königin schläft seit tausend Jahren unter den Drachenschuppenbergen und darf nicht gestört werden. Tiamorg. Sein Wahnsinn wird uns alle vernichten. Ich muss ihn aufhalten. Traga, ich bringe düstere Neuigkeiten. Die Armee der Gefallenen hat den Obsidian-Turm eingenommen und das Herz der Leere ist in ihren Händen. Wir haben nur noch Zeit bis zum Vollmond. Dann wird die Zeremonie beginnen. Wir müssen sie verhindern. Es ist unsere letzte Chance. Wir befinden uns in größerer Gefahr als ihr glaubt. Ich muss mich um den Wahnsinn meines Vaters kümmern, sonst bedroht uns ein uraltes Übel. Er befiehlt deine Dunkelheit wie die der Gefallenen und ich muss ihn aufhalten. Dann sind wir von allen Seiten belagert. Tut denn, was ihr tun müsst. Ich werde am Turm gebraucht. Ihr habt mein Wort. Ich werde euch dort treffen, noch bevor der Mond voll ist. Ich habe eine Mission geschafft. Kampagne wir hinten. Ihr seid siegreich. 2 Stunden 13. Wieder so eine ultralange Mission. Tut mir leid, aber ist halt so. Verloren 218 Einheiten. Verloren 218 Einheiten. Ich habe unnötig am Ende verloren. Weil ich hier. Wobei. Na ja. Konnten wir immerhin so Luft Einheiten bauen. Unten. War besser. Aber ganz einfach. Diese Mission war ziemlich schwierig. Haben 108 Gebäude zerstört. Uiuiuiuiui. Ja, an dem wir haben wir das hingekriegt. Und damit diese Mission abgeschlossen in dieser Episode. Daher. Ja. War es das. Mit dieser Episode. Ich hoffe ihr habt euch Spaß daran. Trotz der Länge. Na ja, danke fürs Zusehen, danke fürs Feedback und bis zum nächsten Mal.